Oh, ich hab Angst vor Ge- Völkloris, ach da oben, hi Ja, ich brauch irgendwie mal richtigen richtigen Geist, richtigen Film Dieser scheiß Schatten kann mich mal Ich ignori- Ich spiel's nicht mit dir Kannst vergessen Ach so, die wollte gar nicht richtig spielen, die wollte nur gucken Ja, tschüss War schön mit dir zu spielen Sagt deine Mama, dass ich ganz nett bin und wir uns immer wieder mal treffen können, ne? Ja, klar Da liegt was Ritual des blinden Dämons Ritual des blinden Dämons Am 26. Tag des 11. Monats Oh Soll als Verbereitung für das Wölkloritual 10 Jahre später eine Jungfrau mit heiliger Macht gewählt werden Ich muss älter sein als 7 Jahre, 9 Monate und 25 Tage Ich glaub, wir haben jetzt schon mal unsere Schriftrolle Irgendwie Ich hatte, ähm, bei der letzten Aufnahme irgendwie gar keine Angst aufzunehmen Oder zu spielen, eher gesagt Aber jetzt hab ich irgendwie schon ein bisschen Angst Lass mal speichern Speichern ist toll Ja Dämonenjagd Oh Gott Alles blind Alles blind Ja Hier ist aber alles Ist hier alles heil? Gibt da hinten was? Ja, da hinten liegt was Ja Für die Nassi Äh, für die Miko, meine ich Oh Dank Dankeschön Aber ich brauche heute einen anderen Film Am Brunnen Warte, Foto ist etwas zu sehen Ist der Brunnen offen? Alter Der Brunnen ist offen Ne, das ist Okay, das ist nicht dafür gewesen Schade Aber ich hab ein bisschen gedacht, ne? Habt ihr gemerkt? Ich kann auch denken Manchmal Vielleicht Ähm, ja Wir gehen jetzt durch wieder zurück Oder soll ich lieber nochmal Ich glaub, ich geh immer kurz hier hin Aber die Musik gefällt mir nicht Äh Oh nein Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen Toll Nein, ich will nicht kämpfen Nein, lass mich in Ruhe Ich will raus Cool, ich kann auch noch raus Ich find das Danke Das ist nett von euch Wäre fies, wenn bei jedem Geist Die Tür abgeschlossen Werden Würde Und so Ja Mein Cutter gibt auch Kommentare dazu ab Das war irgendwie so ein Schnaufen Ewa Ferien sind toll Ferien sind geil Auch wenn es acht Wochen sind Es ist immer noch genial Und nicht Genitalia Ja Musste ich mal erwähnen Weil du es ja so gerne sagst Ähm Ja Ich bin verwirrt Ähm Ich verwirre mich jetzt schon selber Das ist nicht gerade sehr lustig Und ich habe jetzt keinen Bock gegen Tumor zu kämpfen Tumor Hier ist es doch so, ne? Tumor Wir machen hier irgendwie die Gesch- Äh, die Die Geräusche Angst Ja Ja, hör auf rumzuschnaufen So Ähm Ähm Latein Schnipsel Ritual des blinden Dämon Ähm Habe ich das überhaupt vorgelesen? Nein Ritual Doch, habe ich 26, 11 26, 11 6 Äh, nein, 2 3, 4, 5, 6 11 Das ist sogar richtig Lustig Geh einfach durch, Miko Ja Obwohl ich nicht meine Tasse gedrückt habe Okay Ich habe jetzt irgendwie Ein schlechtes Gefühl Wenn ich hier lang gehe Und weiß, dass der Brunnen offen ist Aber es muss sein Das wissen wir ja beide Miko, ne? Genau Okay Ich kann mir schon echt denken Was da passiert Warum, Mädchen? Warum? 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 Oh Wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein? Wirklich? W-w-w- Ist da ein Mädchen drin? Ist das ein Mädchen? Es ist auch noch ein Mädchen, ey Ein kleines, wehrloses Mädchen Wow Oh Gott Ist die gruselig Ey, Mädel Du bist scheiße Ist sie auch noch da hinten Wo ist sie hin? Ich bin schon tot Was ist da? Oh Gott, bist du tot? Ja, ne? Bist du tot? Ja, sie ist tot Das arme Mädchen Das arme Mädchen Wer schmeckt wieder ein kleines Mädchen in den Brunnen? Verschließt es dann Oh, es tut mir so leid Aber die war schon ein bisschen heftig Oh Es liegt im Gras Umverdörrt Oder wird zu einer Flamme Zu einer Seele, meine ich Was stand da? Oh Mikoto, beeil dich Wer ist Mikoto? Okay, da liegt was Ich mache jetzt mal ein Foto Mit dem Glitzhandel Oh, guck mal Es glitzert wirklich jetzt Oh, das Foto ist etwas zu sehen Ähm Okay, das erkenne ich jetzt nicht so gut Aber es sieht irgendwie eklig aus Oh Gott Wie auf dem Foto liegt ein blauer Stein auf dem Brunnen Blaue Gravur Ein Stein, in dem ein merkwürdiges Zeichen eingraviert ist Ich will speichern Oh, dieses Spiel ist so geil Oh mein Gott Wenn ich es nicht aufnehme, dann hasse ich euch Uiuiui Ja Schön speichern und weiterlaufen Weil ich will ihn noch nicht ausmachen Das ist gerade so cool Ja Oh dieses Mädchen Komm nie wieder zurück Ich hab dich jetzt nämlich In den Himmel gepackt und so Hab dich genommen Und nach da oben geworfen Genau Bitte kein Blatt Wow, kein Blatt Oh, dafür in der Tür Oh nein, wir müssen uns wieder zum Schreien Warum zum Schreien? Warum? Ey Miko, willst du mich verarschen? Ey, du machst das doch extra, mich zu ärgern Achso, du bist jemand Hi Obwohl ich eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen will Ach, das bist du Ja Kannst meinetwegen sterben Du stirbst, bist tot Was geht so schnell mit diesem scheiß Film? Und ich hab 52 davon Und ich mein Warum so viel? Und warum so wenig Ähm Von normalen Filmen? Ich verstehe es nicht Das ist komisch Und da muss noch ein Steinspiegel Den ich nicht brauche Ich will auch gar nicht reingehen Weil ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut Oh Was ist das denn? Ja Warum? Gequälte War es das jetzt? War es das hier jetzt? Oder Warum bin ich hier? Ich hab Angst nach oben zu gucken Jetzt mal ehrlich Gibt es hier noch irgendwas für mich? Nein, ne? Dann gehe ich jetzt wieder raus Wenn ich jetzt rausgehe, passiert was, oder? Nein Echt nicht? Was muss ich denn machen? Hier liegt was Ich will nicht 37 Hier liegt ja nur der Steinspiegel, ne? Hallo? Geisterstein? Ich hab zu wenig Punkte, glaube ich Aber wo muss ich denn jetzt hin? Hier wird das versteckt, ne? Hier ist nichts Auf der anderen Seite Wo muss ich hin? Ich geh nochmal rein Ähm Ich hab echt keinen Plan, wo ich hin muss Hä? Das verwirrt mich Ein bisschen Irgendwie Was war das? Hört sich an, wie ein Luminisenter verpufft Ähm Karte Karte, Karte, Karte Das war's Aber wo muss ich denn hin? Okay Gehen wir raus Und irgendwo anders hin Weil ich nicht weiß, wohin Aber okay Da hört ihr das Immer wenn die Tür sich schließt Okay, dann ist das so ein Sicherheitsmechanismus Damit Die Geister aufwachen Ja Klar Okay, wenn jetzt nichts passiert Dann geh ich wieder zurück zum Speicherding Und mach aus Aber irgendwie Warum schlägt mein Herz jetzt so schnell? Es passiert doch gar nicht Hä? Es passiert gar nichts, meine ich Ähm Es passiert echt nichts Was ist denn los mit mir? Ich hasse diesen Brunnen immer noch Geh weg Hier ist echt nichts Ja, mach ich jetzt aus Joa Speichern Ähm Speicherplatz 2 Da Ja Okay Ähm Wollte ich mal sagen Bis zum nächsten Mal Und ciao